Typisch, Trolle. Sie klauen ohne Erlaubnis Öl. Mach ihre Rohre kaputt und zwing sie damit aufzuhören. Ach ja, gib auf Mini-Ritter acht. Sie bewachen Schlüssel, die du brauchst. Drei, zwei, eins. Rohr zerstört. Rohr zerstört. Rohr zerstört. Noch zwei Minuten. Rohr zerstört. 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 Rohr. 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 Ruhe und zerstörend. Abgeschlossen. Gut gemacht. Wow, hätte nicht gedacht, dass du das drauf hast. Aber du hast die Herausforderung angenommen und warst echt klasse. Genieß die zusätzliche Macht.